Unter mir nach! Ich stand hin! Da steht ein Jeep auf der Landebahn. Zu dem fahren wir hin und du stellst dich einfach hinter mich, okay? Alles klar. 20 Meter Abstand oder so. Das ist wieder wie... mit der... das gleiche Startverfahren wie bei den P-51, ne? Ich muss gleich mal dein Volume ein bisschen höher stellen. Ach... Exing in 1946 habe ich echt nicht vermisst. Am Ende rechts. Also die nächste Landebahn rechts. Jetzt ein ganzes Stück rechts vorne. Hinter mich, nicht rechts neben mich, ne? Meins links. Hinter mich! Ja, ja. Nicht links oder so. Fangen weiter. So. Ja, passt. Ey, ich mach grad ein Volume. Wir können jetzt doch das Spiel leiser machen. Das Spiel hat perfekte Lautstärke. Achso. Ja, dann test, test. Kannst du mich jetzt besser machen? Ja, viel besser. Okay. So, jetzt warten wir auf den Jeep und dann... geht's los. ...Kübelwagen. Ich flieg dann... ...ne Platzrunde nahe. Weil sich ja die ganze Staffel hier auf mich formiert. Dauert ein bisschen. Ja. Ja, ich glaube jetzt geht's los. Jo. Und Vollgas. Okay, dann. Okay, dann. Okay. Okay. Soll ich nicht wundern, ich gehe auf 50% Damit die KI aufholen kann, ne? Alles klar So, Rechtskurve, 120 Du bist ja auf der rechten Seite, KI links, ne? Jawohl Wieder Rechtskurve 2-2-0 ��ない Glor zu 1-2-0 Entschrei Und wieder rechts. Und wieder auf 040 nochmal am Platz vorbei. Schöner Flugplatz, ne? Ja. Hab ich gebaut, ach. Echt nice. Auf der Map sind normalerweise immer nur Wiesen da. Einfach ohne Gebäude und alles. Deswegen hab ich mich mal hingesetzt in einen Tag. Oder zwei Tage sogar. Immer hier vor der Landebahn und Parkplatz und solche gebaut, ne? Oh Gott. Nicht gut. Sind auch funktionstüchtig, also die KI benutzt die auch tatsächlich und zurück. Ja. Bauen das früher nicht. Dreck Pisten. Ich weiß nicht, also zum Beispiel die 17. bei T8 hatte halt immer überall Betonpisten. Auch in diesen Landevorrichtungen, also Parkvorrichtungen. Und wenn man sich zum Beispiel North Sea anguckt, also die Mod Map, die hat auch... Also da weiß ich, dass der das nach Originalbildern gemacht hat und Vietnam auch Betonpisten. Ah, so. Also in Deutschland natürlich mach ich das vernünftig. Aha. So, wenn du nach hinten guckst, die Staffel kommt. Jo. Ehrlich. Wo sind wir jetzt? In AJ 242. Alpha Yankee 4-0, I guess. Alpha Yankee. Ich weiß gar nicht welcher Name Y wäre auf Deutsch. Anton. Toll. Äh. Äh. Warte Frage. Ja, ne. Also wir sind bei AM. Bei dem Biegen. Ja, genau. Okay. Also AM ist kein Biegen, es ist eine Blinder in der Vorrichtung. Aber das hält uns auf dem Platz. Das nächste Biegen ist ja B. Okay, ja. So, und wenn wir am Flugplatz vorbei sind, dann fange ich an zu steigen. Auf 235. So, 90%. Leichte Richtung. So, 90%. Leichte Richtung. Und Kirchturm-Bombe ist 80. Sauber. Mit Gleitschutz wahrscheinlich, ja. Ne, ist noch Szenario 43 Mitte bis spät. Okay. Wo die halt vorher umdrehen. Die nächste Two-Handand-Pack-Pission ist tatsächlich eine, das war der erste Tag an dem P-47 neue Zusatz-Tanks hatten. Ja. Und dann konnten die weiter fliegen als sonst. Dann wollten die Luftwürfe warten bis die P-47 umdrehen. Und weil sie wussten, bis da und da kommen die normalerweise, ne. Haben sie halt bis dann gewartet und dann angegriffen. Aber dann waren die P-47 noch da, aber die hatten mehr Reichweite als sonst, ne. Das war schlecht. Ja. Ja. Und genau deswegen werdet ihr dann als P-47 halt Action haben, ne. Ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich bei dieser Erfußzeichen-Recherche halt auch wieder ein paar fischige Sachen entdeckt. Weil, dann habe ich halt nachgeguckt, so. Ja, wie weit kam P-47 und bla bla bla. Ja. Und dann habe ich es getestet in EL-2. Wollte halt gucken, ja gut. Wie viel Range haben wir denn tatsächlich? Wie weit kommen wir denn, ne. Ja. Und... Ich habe in EL-2 mit der P-47 mit Zusatztank einfach so 2000km Range, ne. Das heißt, man kommt locker bis Berlin. Und so, hm. Okay. Weg für dich. Keine Ahnung, was da verkehrt ist. Ja, schon, schon. Hat er gerade umgestellt, hab ich draufgeacht. Ja. Normalerweise... Normalerweise erst bei 3000. Was ist das hier? A-6, ne. Obwohl, da weiß ich es nicht. Bei der A-8 steckt er erst bei 3000. Okay. Ja, früher musste ich ja Bomberformationen immer auf ein Maximum von 7000m setzen, ne. Ja. Weil Content-Streifen halt ab 7000m waren. Und wenn man die Bomber zu hoch gesetzt hat und alle Content-Streifen ziehen, dann hat man immer diesen Bug, dass die Partikeleffekte zu viel sind und ausgeblendet werden. Ah, ja, ja, ja. Genau. Und jetzt hab ich ja die Änderung von Darkie, dass ich halt im FMB einstellen kann, ab welcher Höhe Content-Streifen gezogen werden. Und seitdem kann ich halt die Bomber auch höher setzen, wie es realistisch wäre. Ja. Weil ich dann einfach einstelle Content-Streifen ab 8000m und zack. Wo wieder nur ein paar da. Wenn Darkie das realistisch gemacht hätte, hätte er dich Temperatur einstehen lassen. Und es über die Temperatur gemacht. Ja, und Luftfeuchtigkeit. Ja, auf jeden Fall hätte er ein AX-Diagramm dabei eingebaut und so. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass irgendwie der neueste 1946-Patch, den kann ein Mensch benutzen, ne? Ja. Der hat so'n Shit. Okay. Mit verschiedenen Luftdruck und so'n ganz Blödsinn. Ich denk mir so, ja, das ist die Priorität in dem Spiel. Ich will's wieder die Cahier fixt, ihr Neppen! Wollen wir immer zusammen auf denselben Bomber gehen? Einmal machen, ja. Ja, ich hab die Mission jetzt schon ein paar Mal im Test geflogen und ich bin tatsächlich nur in der Lage so ein oder zwei abzuschießen. Okay. Weil wir ja das Schadensmodell überarbeitet haben und die echt tanki sind. Okay. Festführen wir dann einen Lasser-Formation schießen und den finishen und so ist, glaub ich, ganz gut Idee. Ich hatte auch schon mal vier Kerls, aber da war irgendwie ein Ram mit bei, dem ich mir nicht erklären kann, warum ich den überlebt hab. Bauer. Tragfläche abgerissen bei der B-17 und bei mir war nix, ding so nur. Sind alle 16 da? Ja, sieht so aus. Ja, sieht echt gut aus. Überleg mal, wie viel cooler so ne Kampagne oder so wäre, wenn du der Anführer bist und alle folgen dir. Ja. Langsamer geworden? Nö, bisschen, ich hab mein Kühl aufgemacht. Das macht der Missionbau noch immer so viel einfacher, weil jetzt brauchst du halt einmal Wegpunkte für den Anführer, ne? Ja. Dann für die anderen einfach nur nach dem Start bis hin Target, fertig. fliegen automatisch hinterher und wenn ne KI an eine andere attached wird, ne? Ja. Dann kriegt sie automatisch die Wegpunkte von der an die sie attached wird. Okay. Das heißt, die haben dann auch automatisch die gleiche Wegpunkte mit Bodenangriff da oder als Ziel auf das und landen da und so, ne? Und wenn der Anführer abgeschossen wird? Ja, du hättest die halt vorher. Ja. Ja, aber die gelten dann immer noch. Ja. Wir sind quasi permanent. Und außer man benutzt halt unser neues Objekt, das KI wieder zu ihren eigenen Wegpunkten zurückschickt. Ja. Wenn die das Objekt erreichen, dann werden die zum ersten ihren eigenen Wegpunkt geschickt, den sie nicht erfüllt haben. Ja. Das heißt, wenn dann irgendwie irgendwo noch ein Bodenangriffes Ziel ist oder sowas, dann fliegen die automatisch dahin. Was wir übrigens benutzen werden demnächst mit Lancaster. V2 Basis Tallboy, ne? Ja. Oh ja. Okay. Dann fliegen wir alle Lancaster oder wer möchte, der muss mitfeiern. Und da ist halt dann so, dass der Führungsbomber quasi im Kreis fliegt. Oder eigentlich, ich hab gar nicht, das ist umgebaut. Der fliegt dann diesem Detach-Objekt vorbei und alle 30 Sekunden fliegt dann eine Lancaster zu ihrem Bombrunner. Okay. Dann hast du halt alle 30 Sekunden eine Lancaster, die ein Tor beispielsweise ist. Und die sich dann nach dem Bombrunner wieder formieren. Ja. Ja. Und das mache ich dann natürlich so, dass die KI einfach nicht trifft. Und das heißt, die menschlichen Spieler müssen da diesen V2-Bunker genau treffen. Direkt der Treffer, damit die Mission erfüllen muss. Das ist doch ne geile Mission, oder? Ja. Und natürlich kann man das gleiche mit den Tierpits machen. Zum Beispiel. Ja. Die einzige Änderung, die man dafür braucht, ist, dass... Leider verursachen Tallboys, auch wenn sie Wasser treffen im Moment, noch diese Mega Mushroom Clouds, ne? Da müssen wir halt erinnern, dass das ein Water Splash gibt und stattdessen so. Okay. Ja. Ja, ansonsten werden direkt ein Treffer auf der Tierpits gezielt, in zur versenklichen Kiste Bier, ne? Laufen! Da bin ich dabei. Du da, du da, du da, mitkommen, saufen! So, also ab Kircht um 7 oder so müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann könnten die Bomber in Sicht kommen. Spät haben wir es. Vielleicht schon 50, ja. Wenn ich vernünftig navigiert habe und da dieses Objekt treffe, dann müsste unsere Formation auch irgendwann sich von alleine aufsnippen. Weil so quasi der Angriffsmodus geht, ne? ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020